Hier wird ein neuwertiges ca. 135 Quadratmeter Büro zur Miete angeboten. Es befindet sich in Köln-Junkersdorf. Verfügbar ist das Objekt ab sofort. Das Haus wurde 2012 erbaut. Das Büro verfügt über einen Keller und Parkettboden. Monatlich beträgt die Miete des Objekts 1.740 Euro. Die Nebenkosten belaufen sich auf monatlich 405,00 Euro. Für nähere Informationen stehen wir Ihnen unter eingeblendetem Kontakt gerne zur Verfügung. Bis zum nächsten Mal.